Darüber sind wir heute auch enttäuscht. Wir wollten unbedingt gewinnen und auch Platz 10 erreichen. Das haben wir nicht geschafft, gehen zwar in Führung, aber wir bekommen dann drei Standardtore im Laufe des Spiels. Das ist dann schlecht verteidigt bei runden Bällen. Der Freistoß ist super getreten, kann man wenig machen, aber die Standardzeit in beiden Ecken müssen wir besser verteidigen. Das ist ärgerlich, aber ist so. Können wir nicht mehr ändern. Wir müssen heute auch so hinnehmen und können das auch akzeptieren, weil wir eine sehr harte Saison gespielt haben oder eine intensive Saison erlebt haben. Ich glaube, dass wir unsere Ziele erreicht haben und darüber sind wir sehr stolz, bin ich stolz. Es ist keine Selbstverständlichkeit eben, wie ich schon häufiger gesagt habe, international für Furore zu sorgen und gleichzeitig sein Ziel zu erreichen und das haben wir beides getan. Wir waren in Liverpool und stehen auf Platz 12 am 34. Spieltag und darüber bin ich heute sehr glücklich. Dankeschön Markus.